Ein... Komm her. Du wirst es rufen. Es hat mir schon gesagt, dass du kommen wirst. Das Wasser? Das Wasser. Knie nieder und empfange die Botschaft des Wassers. Nein. Nein. So knien sie ja nieder. Okay, ist ja gut. Näher dran. Näher ran. Das ist perfekt. Nur so kannst du die Energie des Wassers perfekt aufnehmen und eine Verbindung zum Wasser schaffen. Ich kann das nicht. Trinke einen Schluck vom Wasser. Nicht trinken, nicht trinken. Wir brauchen es, um das Wasser in die richtigen Schwingungen zu versetzen. Was ich in der Telegram-Gruppe des Wassers gelesen habe. Und wir werden nun versuchen, die Energie des Wassers mit Hilfe der Musik zu bündeln. Das war ein Weihnachtslied. Das war kein Weihnachtslied. In dieser Telegram würde man doch keine Weihnachtslieder verbreiten. Wir machen das nochmal. Und du steckst deinen kleinen Finger in das Wasser. Hinein damit. Das war's. Das war's. Ich hab's gemerkt. Spürst du, wie die Energie dein Körper durchflutet. Wie du eins wirst. Mit dem Wasser. Ein bisschen. Ich muss das sofort allen meinen Freunden auf WhatsApp, auf Telegram sagen. Darf ich gehen? Du darfst. Aber behalte das Wasser immer in freudiger Erinnerung. Das Wasser ist bei dir. Ob du willst. Oder auch nicht. Das Wasser ist begleitet dich. Es ist für dich da. Ich glaub, du hast tatsächlich geglaubt. Perfekt. Das olle Wasser, ey. Wie Medical Armor. Mach das schon gut hin. Soll mich das gleich her. Säng leiser ein Ja. Ja, nicht vorbei. Du bist gut,遊 AA- Ja, ne. Untertitelung des ZDF, 2020